Das war eben gerade von Tim Wiese für die Galerie einer, dafür ist er ja bekannt geworden. Das war nicht umsonst, lange Zeit. Das war, dass man mal Fußball spielen kann, das sehen wir dann hier auch mal. Das hat er jetzt ernst gemeint. Das ist Oliver Borat. Warte mal mit der Zeichnung. Boah? In ein, zwei Jahren, sondern es dauert schon drei, vier Jahre. Bis man noch was aufgebaut hat. Wir haben hier für Spiele auf 1.000 Euro. Bis zum nächsten Mal.